Und dann habe ich auch ganz viel so auf der Autobahn Zeug gehabt, also das waren wirklich absurde Sachen, wo ich dann nachts irgendwie mit einem riesen Kino-Flow da aufgebaut auf dem Jeep, wie so ein Spacken mit Team hinten drin und so, dann da gefahren bin und Kamera hier und so, aber auf einer richtigen Autobahn, die jetzt auch nicht extra abgesperrt war und so, ohne dass ich eigentlich irgendwas gesehen habe. Also das stimmt nicht, wenn ich nichts gesehen hätte, hätte ich es nicht gemacht. Aber so, also es war diesmal schon auf jeden Fall mehr Verantwortung als bei Filmen sonst, wo man so gar nichts davon mitkriegt und so.